Ja, hallo liebe Rostocker, hier ist euer Glückmarkt Preisupdate. Tolle Angebote haben wir heute. Wir gehen auf Weihnachten zu, Leute. Wir haben hier noch schöne Tannenbäume. Tannenbäume, ja. Fängt ja auch an zu knistern schon. Bei dir auch schon, ne? Freust dich auch schon auf Tannenbaum oder was? Na klar, natürlich. Kleine, große, noch größere. Leute, egal welche Größe bei uns, 19,99 Euro. Wenn ihr noch schönen Tannenbaum sucht, hier bei uns 19,99 Euro. Wenn wir meinen aufmachen? Den musst du aber wieder zu kriegen, ne? Ja, aber das ist sowas, ja. Brauch mal nicht so basteln. Genau. Da sind die ganzen Salatbläster noch dran. Jeder Baum bei uns 19,99 Euro. Wer noch nicht hat, schaut vorbei hier. Die Handbunde zur Deko 2,49 Euro, diese Fünferbunde hier bei uns. Hier ist schon einer mal ausgepult, guck mal, da ist er sie. Ja, aber das haben sie vorhin. Aber schön, ne? Ja, sehr schön. Der kleine oder auch die langen 19,99 Euro. So ein bisschen kurz und dick. Hier, kurz und dick. So, Weihnachtsterne haben wir noch. Das Fass ist mega, ja. Amaryllis, 3,49 Euro. Ja, wirklich. Und man hat da lange was von. Lange was von, ne? Richtig schön. Ja. Oder auch hier so ein schöner Aufsteller, 12,99 Euro. Schöne Deko. Hier die Weihnachtsmänner. Ja. 4,99 Euro hat er jetzt durchgestrichen. Nur noch 4 Euro. Das sieht süß aus, ne? Das sieht wirklich süß aus. Du, da habe ich gleich so, da hätte ich irgendwie schon wieder so eine richtige Idee, ne? Ja, ne? Da denke ich schon wieder an was. So, da sind wir wieder, ne? Ja. Milch, Leute, bei uns Dauerangebot. Die Vollmilch für 90 Cent und die Fettarme hast du? Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Also, wer nicht so fett, wer nicht so fett will, der nimmt hier. 80 Cent gehen bei uns die Milch los. Ja. 80 und 90, ne? Wo wird Milch gekauft? Na, bei Güte, ne? Natürlich. Also, ja, na, Milch. Wir sind Milchmänner, ne? Also, ja. Mega. Tolle Angebote haben wir heute wieder hier in der Obst- und Gemüsehalle. Fangen wir einfach mal an, oder? Ja, das ist bei so vieles. Man weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Also, wirklich, Leute, wir gehen auf Weihnachten zu. Ja, hier. Schaut mal. Ja, aber Weihnachtsäpfel. Schöne Weihnachtsäpfel glänzend. Die haben wir auch in groß noch da, ne? Richtig. Stehen hinten? 2,49 Euro. Leute, zu dieser Jahreszeit natürlich Clementin und Orangen. Wir haben von bis alles da. Aber fangen wir mal mit dem Besten an, oder? Ja, das ist das. Das Beste zum Schluss, sagt man, aber das Beste machen wir am Anfang jetzt. Das ist so. Vitamin A. Ja, wirklich. Leute, das ist hier Vitamin A, ne? Top-Clementine. Das Beste, was es gibt. Einmal essen. Zuckersüß. Schön zart in der Frucht. Liegt bei 4,99 Kilo. Daneben haben wir welche, Clementin? 3,99. Geht noch günstiger. Kommen wir natürlich gleich noch zu. Orangen, Leute, von Safter. Ja? Wirklich tolle Nabelorangen. Zuckersüße Dinger. Schön saftig. Ihr könnt natürlich auch hier probieren. Weintrauben haben wir hier. Helle Kernlose da. 3,99. Hier habe ich ein Retlob da. Mit Kern. 4,99 Kilo. Ich habe allerdings auch noch Schale Weintrauben. Da kommen wir gleich zu. Richtig mega Angebote. Angebot. Eiran. Die ganze Kiste. 20 Becher drinnen. Leute, 6 Euro hier bei uns die Woche. Und nächste Woche auch das Angebot. Moin. Ne? Oder auch einzeln. 39 Cent. Richtig lecker. Mega gesund. Unsere Schokofrüchte. Ananas habe ich noch da. Banane habe ich noch da. 2,99 Tüte. Wer 2 kauft, zahlt 5 Euro. Ja? Macadamiennüsse habe ich hier. 100 Gramm 1,49. Steht immer drauf das Gewicht. Hier habe ich getrocknete Karkis. Die sehen ja lustig aus, ne? Die richtig lecker. Weihnachten. Ja, Weihnachten. 100 Gramm 1,50. Weiter geht's hier. Clementine. Ich habe es euch gesagt. Mega Angebot. 10 Kilo Kiste. Clementine. Die Krone ist das. Ja? Mit Blattwerk. 10 Kilo. Die ganze Kiste. 9,99. Mega Preis. Hier haben wir Sherlock Clementine. Wirklich Ausleseware ist das. 19,99. Bei 8 Kilo haben wir hier. Ja, dann haben wir hier auch mal so eine kleine Kiste, ne? Für Single Haushalt. Oder hier Ommi und Oppi. Hier 2,3 Kilo für 2,99 hier, ne? Safter Orangen, die wir da für 2,99 haben, kriegst du auch als Kiste hier bei uns. 10 Kilo drin, 26,50. Die Safter Orangen. Hier noch eine größere Kiste. Schöne große Dinger. Ja. Aber guck mal hier. Noch eine größere Kiste. Ja, aber eine kleinere Frucht. Ne, ja, die aber mega, ne? Viele Früchte für 12,99. 15 Kilo drin. 15. 15? 15, ne? 15. Super lecker, super saftig. Ja. So, was hätten wir hier noch? Oh, ey. Kistenweise hier. Granatäpfel. 4,99 die ganze Kiste. Der traut sich was hier. Der war im Urlaub. Ja, das war auch lange kein Urlaub, ne? Ne, das stimmt allerdings. Hat er sich auch verdient, muss man aber so mal sagen. Aber ich hab bald wieder. Ja, Nummer. Der hat schon wieder Urlaub, ich glaub das nicht. So, was haben wir hier? Schneidebohnen. 1,49 immer so ein Tütchen. Tomaten. 2,49 das Kilo. So, dann haben wir hier Sherrytomaten. Immer für 1,99 auch wieder so eine Schale. Gurken. 69 Cent das Stück. Minigurken. So ein Netz hier. 1,49 der Beutel. So, hier auch wieder. Paprikabeutel. Ist der Spitzpaprika. 1,29. Brokkoli. Ja? 500 Gramm. 1,39 bei uns. Ich wusste, warum du gesagt hast, mach mal die Seite. Warum? Weil ich ja wieder Paprika hab. Ich hab hier die Paprika-Seite, ne? 1,29. Salatherzen hab ich hier im Zweierpack. Salatromaner Herzen. 59 Cent oder zwei Stück für 1 Euro. Das wird ja auch. Und Zitronenbeutel wird auch mal billiger bei uns. 1 Euro, Leute. Also zugreifen. Blumenkohl. Blumenkohl. Ja, mega. Aber mega. Mega. Ganz frische Ware ist das, Leute. Der liegt aktuell bei 3,49 Euro. Ist ein bisschen teuer zu dieser Jahreszeit. Ist ja auch nicht die Zeit für den Blumenkohl. Ja, wollte ich grad sagen. Aber dafür ist hier Grünkohl billiger, ne? 2,49 Kilo. Kilo Grünkohl. Genau. Leute, schön mit Krakauer, schön mit Knacke. Komm, wir machen hier mit Obst weiter. So, Leute. Bauer Feldmann seine Äpfel. Ja? Er hat gesagt, machen wir günstiger. Machen wir. So, statt 2,49 hier 2 Kilo Tüte, 2 Euro. Ja? 4 Kilo Tüte, 3 Euro. Guck mal hier, Leute. 4 Kilo. Deutscher Apfel. Frisch aus diesem Jahr. Die ganze Tüte. Statt 3,99 nur noch 3 Euro. Kleines Weihnachtsgeschenk hier. Nochmal. 2 Kilo, 2 Euro. Welche Sorten haben wir da? Elster, Jona Gold, Jona Gorett haben wir da. Red Prince. Ja? Tolle Sorten. Aus dem alten Land. Hier steht's drauf. Aus altes Land. Dann haben wir hier noch wirklich Blatt-Klementin für 2,99 Kilo. Genau. Kilo 2,99. Aber, Leute, ich hab da die 10-Kilo-Kiste für 9,99 Euro. Besser geht nicht. Drei Kilo Netze Orangen. Also 2,99. Ist Orangenzeit. So, was haben wir hier? Frische Sojasprossen. Tüten wir täglich für euch ab. Beutel kostet 1,29 Euro. Sojasprossen. Clementin, drei so eine Tüte hier, so ein Büdel für 2 Euro. Kochbananen. Die kann man nicht so essen. Die schält ihr in Scheiben und dann frittieren. Und dann mit Gewürzsalz oder so drauf. Mega lecker. Schon mal gegessen? Nein. Ja, hab ich meinen Kubaner mal gegessen. Richtig geiles Zeug hier. Ja, die ja. Jamswurzeln. Das sieht aus. Das ist eine Jamswurzel. Frag nicht, wie man die isst. Einfach mal googeln. Gibt bestimmt coole Rezepte dazu. Ja, das ist ja auch hier so. Kokosnüsse haben wir hier auch. Ne? Komm mal hier. Was ist das? Na, das, das, das. Das ist eine Kasava. Das ist im Prinzip wie eine Kartoffel. Ja, in Afrika ist das die Kartoffel. Tolle Kartoffeln haben wir hier. Das ist die aus Zypern mit der roten Erde. Die Annabell-Sorte. Hier habe ich noch Pampelmusen. Ja. Drei Stück im Beutel. Feuerrote Dinger. Drei Stück. 1,29 so ein Beutel oder zwei Beutel für 2 Euro mitnehmen. So, Weintrauben. Kernlos. Zwei Schalen, 2 Euro. Clementin. Ein Kilo Beutel, 1 Euro. Oder drei Beutel mitnehmen für 2 Euro. Mega Preis. Weintrauben, helle oder egal, dunkle. Ihr könnt auch so machen. 2 Euro. 1 Euro dann die Schale. 1,29 Euro. Zwei Schalen, 2 Euro. Ich habe auch, kann ich, kann das auch. Ja. So, Erdbeeren. Erdbeerzeit, ne? Geht los? Aus Ägypten. Tolle Erdbeeren. Gesunde Ware, Leute. 250 Gramm. 2,49 Euro. Ja. Hier haben wir noch Kiwis reinbekommen. Goldkiwis. Die goldenen von Zespri. Stück 50 Cent. Fünf Stück für 2 Euro. Avocados hast du hier. 89 Cent das Stück. Ja. Und jetzt gehen wir nochmal hier rüber. Kartoffel. In die Käse-Kartoffel-Ecke. So, zweimal 500 Gramm Käse. Gouda von Heinrichsthaler. Ja, 40 Scheiben gesamt. 6,49 Euro. Aber pass mal auf. 5,99 Euro diese Woche. 5,99 Euro. So. Kilo Käse. Geschnitten. Ja. Gerieben. 5,49 Kilo. Wir haben natürlich auch Cheddar da, ne? Und von Heinrichsthaler auch, wer die großen Abpackungen nicht kann, ne? Haben wir auch kleinere, ne? Da haben wir einen Tillsitzer, einen Gouda, einen Aufschnitt mit verschiedenen Sorten. Einen Bierkäse haben wir da, sehr lecker. Einen Ziegenkäse, ne? Auch als Stücken nochmal. Oder gewürfelt jetzt. Ne? Silvester ist ja auch bald für Ihren Partyteller. So. Ja? Käsewürfel. Auch den leckeren Ofenkäse von Heinrichsthaler, Leute. Ist ein Träumchen. Ja? Schön kamen, Bernd. Come on, Bernd. Bernd, come on. Oh, die polnischen Gewürzgurken haben wir wieder reingekriegt. Leute, die sind richtig lecker. Kann ich echt empfehlen. Ne? Da ist er. Versteckt hier in der kleinen Ecke. Der leckerste Knoblauchdip, den es gibt. Leute. Kleine Schale, 99 Cent. Müsst ihr mal probieren. Hier stehen wir bei den Eiern. Haben wir Eier? Wir haben Eier. Jede Menge. Jede Menge Eier haben wir hier. 30 Stück, 4,99 Euro. Erstmal Zwiebeln. 5 Kilo Sack, hier 3,99 Euro. So, dann haben wir die Laura in 5 Kilo. Für 5,99 Euro. Die rot schallige. Ja, aber auch große Kartoffeln. Ne? Schöne große Kartoffeln. 2,5 Kilo Netze haben wir natürlich auch da. In Linda festkochend oder auf Belana festkochend. Beide wirklich super Sorte. Das Ganze für 2,49 Euro der Sack. Ja, dann die mehlige, die Agria. Wirklich, ganz mehlig. 2,49 Euro. Dann sind wir hier im 5 Kilo Bereich. Belana, Linda. Wie gesagt, da hatten wir auch noch die Laura da, die rote. Ja, das Ganze hier für 4,99 Euro. 25 Kilo Säcke. 16,99 Euro. Für die Gastronomie ganz interessant. Für die Gastronomie habe ich auch noch einen geilen Artikel gleich. Mayonnaise. Ja? Salatmayonnaise mit Sonnenblumenöl. 10 Kilo Eimer. 14,99 Euro. Netto-Preis. Ketchup. 10 Kilo Tomatenketchup. Wirklich geile Qualität. 9,99 Euro. Das muss ich euch mal zeigen. Leute, das ist Tomatenketchup. Wirklich richtig gutes Produkt. Haben wir im Angebot diese Woche. 9,99 Euro. Der 10 Kilo Eimer. Interessant für die Gastronomie. Für meine Imbisskunden. Oder hier Salatmayonnaise. Sonnenblumenöl. Tolles Produkt. 14,99 Euro. Woanders zahlt ihr nochmal 10 Euro mehr. Aber auch für den Hausgebrauch. Ist Weihnachten. Heiligabend. Kartoffelsalat. Kaufen. Mayonnaise. Stimmt. Du hast deinen ja schon reserviert. Dein Eimer. Ja, also. Für Kartoffelsalat Mayo. So, Leute. Das ist ein Schnacker, ne? Dann haben wir unsere Jumbos nochmal hier. In der Variante festkochend. Oder mehlig kochend. 3,99 Euro. Der 5-Kilo-Sack. Ja. Janni, Schweinereien. Schweinereien. Kasseler Tier, Leute. Denkt dran. Nächste Woche Weihnachten. Jede Menge. 6,99 Euro. Auch diese Woche. Nächste Woche. Schweinennacken. 6,99 Euro. Die Lachse für 6,49 Euro. Eisbeinfleisch. 5,99 Euro. So, und dann haben wir Schleizer. Alles wieder da? So, das reicht ja. Das reicht für das ganze Dorf. Schleizer Waren. Schinkensachen. Räucherlinge. Nussschinken. Schinkenspeck. Mega lecker. Ganz mild gesalzen. Butterweich. Weihnachtszeit. Schinkenzeit. Ich dachte, Weihnachtszeit. Ananaszeit. Ja, aber hier. Wir machen ja hier, ne? Stück 1,99 Euro. Ananas. Oder geschnitten in Stücken im Eimer für 2,99 Euro. Das Ganze. Dann mega Grünkohl. Mhm. Und Krakauer. Die da mit rein. Mhm. Ja. Ja, und dann die mehlige Kartoffel. Also, Bobbin essen. Hast du Weihnachtsessen, ne? Ja. Wollen wir mal eine Ananas schneiden, oder? Ja. So, Leute. Wenn ihr bei uns seid. Du nimmst den Becher. Schritt 1. Becher hier rein. Du nimmst die Ananas. Ich nimm die Ananas. Ich mach den Deckel auf. Ich mach Ananas hier rein. So. Zu. Drücken. Knopf. Jetzt geht los. Und jetzt pass auf. Janni. Kommt der schon? Ja, ja. Der schneidet die jetzt die Stücke. Ich hab hier vorne. Ja, wir haben das andere Messer jetzt drin. Ah, guck er an. Dann macht der jetzt Stücke für uns. Ja, sehr gut. Und jetzt raus. So. Ja, mega. Das Ganze hier 2,99 Euro. Der ganze Becher, ne? Ja, aber guck mal, voll. Richtig geil. Und wie viel? Genau. Ist voll. Ja, voll. Und du sparst dir viel Arbeit zu Hause. Richtig. Jetzt probieren wir nochmal. Und du hast den Müll nicht. Den haben wir ja. Ja. Mh. Lecker. Granatäpfelsaft, Leute. Gerade zu dieser Jahreszeit. Oder auch Orangensaft. Frisch gepresst hier bei uns. Kriegst du. Im kleinen Becher. Große Becher. Orange genauso. Kann man beide nehmen. Zu Hause nochmal mischen. Schmeckt auch richtig gut. Ja, lecker. So. Mega. Mega Preise. Ja, mega Angebote. Hoffe, das gefällt euch soweit. Und wir sehen uns hier im Markt, oder? Aber. Tobi, haben wir noch was? Nee. Tobi sagt, nee. Alles klar. Tannenbaum mit dran denken? Genau. 19,99. Jeder Tannenbaum. Egal. Super gewachsen. Unsere Figur. Also, besser geht das doch nicht. Kurz und breit. Ja. So, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao, Leute. Ciao.